Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu Battlefield Criminal Activity. Wir sind immer noch bei Eroberung am Start und zocken wieder mit der Sniper Scout Elite. Ist ein bisschen zu meiner Lieblingswaffe geworden, nur eine meiner Lieblingswaffen. Vorher konnte ich mit der Sniper überhaupt nicht, aber so langsam, so langsam, ist es richtig geil. Und man freut sich natürlich auf, wenn man richtig coole Kills macht, was bei mir nicht so häufig ist, aber man kriegt ab und zu schon mal ein paar geile hin. Aber man muss auch verdammt vorsichtig sein, denn die anderen Gegner sind natürlich nicht langsam, wenn nicht sogar viel schneller als ich. Man sieht die kaum und schon ist man tot. Schon hat man Headshot. Oder die haben Headshot. Das kann auch passieren. Oh, hier hinten ist jemand und will uns ausnehmen. Gut, Kumpel, gut gemacht. Man sieht hier auch schlecht, wo wer hockt, ne? Hier gibt es so viele Versteckmöglichkeiten. Das ist ganz schwierig, ja, ganz schwierig. Aber hier ist gerade keiner. Vielleicht sollten wir mal hier hintergehen. Und hier auch mal eine Mine setzen, falls die hier so ein bisschen lang herankommen. Wie tief können wir gehen? So, genau. Das sieht man nicht, das ist top. Ich empfehle euch Leute, die Mine ganz tief zu setzen, denn man sieht die ganz schlecht auf dem Boden. Teilweise sieht man die auch gar nicht, aber sie ist halt trotzdem da, ne? Wie dir zum Beispiel sieht man auch nicht. Gibt es auf jeden Fall richtig geile Stellen, wo man die setzen kann. Oh, man muss nachladen, das war ja klar. Jetzt hat er mich mir sehr scheiße. Wie kriege ich denn jetzt? Wie kriege ich denn jetzt? Was? Was? Mit einem Schuss auf den Brustkorb? Alter. Hm. Möchte ich auch können. Möchte ich wirklich auch können? Leider fehlt mir das Talent dazu. Auch wenn ich diese R700, R7000 genommen hätte, hätte ich damit bestimmt keinen gekillt. Aber gut. Scheißegal. Passiert. Den, den holen wir uns. Oh, hier muss ich immer nachladen. Da muss man echt dran denken. Ansonsten. Oh, was macht der denn da? Oh, was macht der denn da? Oh, was macht der denn da? Ist auch alles so verwackelt hier, weil hier so viel los ist, dass man das gar nicht sieht. Ach, das Gebäude ist eingestürzt. Kein Wunder, dass hier alles den Bach runter geht. Gucken wir mal nochmal hier hinten eine Runde, was hier so abgeht. Und hier setzen wir auch nochmal ein kleines Seminchen. Für den Fall, dass und ein Spezialist meint, der müsste sich hier langschleichen. Aber das kann er vergessen. Oh, ich glaub der... Shit, 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 shit. Kacke, kacke, kacke. Der hat sich jetzt irgendwo hingehockt und wartet jetzt auf uns. Ach, das ist einer von uns. Wenn man so Leute laufen hört, habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass da gleich jemand um die Ecke gesprungen kommt. Von wo? Von wo? Wo hockt hier einer? Wo hockt hier einer? Hm. Mensch, das ist doch auch kacke hier. Und wieder müssen wir uns was anderes suchen. Ja, manchmal hat Sniper seine Vorteile, manchmal aber auch nicht. Man muss relativ geduldig sein. Schiss 05. Schiss 05. Schiss 05. Schiss 05. Mensch Junge wenn du nicht, wenn der Kollege gar nicht da gewesen, hätte ich ihn vielleicht treffen können. Jetzt kann es vergessen. Komm, 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 da hinten sind gerade so viele. Yes, sehr gut, sehr gut, sehr gut, wir haben ein bisschen aufgeholt, wie scheiße wir hier zuletzt waren. Jetzt müssen wir aber aufpassen, hier sind richtig viele gerade irgendwie unterwegs. Shit, 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 shit. Wow, 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 jetzt aber richtig, richtig, richtig smooth jetzt hier, die sind hier alle reihenweise gerade abgekackt. Kacke, kacke, kacke. Oh Mist, ich habe so ein dummes Gefühl, dass wir gleich drauf gehen, weil hier einfach zu viel los ist. Wow, wow, wow. Nein, zu lang geguckt. Zu lang geguckt und das war es dann auch schon wieder. Gleich tot, gleich tot auf der Stelle. Instant. Instant down. Komm, 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 Alter, wie viele da sind, da müssen wir ganz schnell hin. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, komm Baby, komm, lauf Forest, lauf. Wir brauchen das Ding jetzt hier. Vielleicht setzen wir hier nochmal eine kleine Granate her. Aber die sieht man so ein bisschen, ne? Hier vielleicht nochmal, die könnte noch ganz geil sein, wenn man die gut setzt. Ist auch nicht so verkehrt, glaube ich. Hm. Komm, wo seid ihr? Immer diese scheiß Rauchbomben. Sieht man überhaupt nichts mehr, was ja der Sinn der Sache ist, aber trotzdem, die Nerven. Hm, den Typen sehe ich nicht. Da oben ist zwar einer, aber den sehe ich von hier nicht. Vielleicht gehen wir mal wieder auf die andere Seite und saven da mal eine Runde. Nicht, dass die da durchbrechen und wir uns da hinten abchillen. Das ist einer von uns. Dann kriecht einer rum, aber den kriege ich glaube ich nicht. Das ist zu geil getarnt. Komm ich nicht durch. Komm ich nicht durchs Auto durch. Leider. Oh shit, shit. Ja, der hat mich getroffen. Der hat natürlich eine viel geilere Sicht, denn der kann durch die Lücke durchgucken. Ich muss versuchen durch die Lücke durchzuschießen quasi, weil ich nicht diese geile Sicht wie er habe. Oh, ist auch nicht schlecht hier. Das muss ich nur noch treffen. Kacke, kacke, kacke Mann. Mist. Mist, 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 Mist. Die schießen schon wieder auf mich, verdammt. Aber die sehen mich von hier auch, ne? Junge, geh mal aus dem Bildschirm. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Verdammt. Ich hab dir ein. Der Einbruch. Mensch, Alter, warum steht ihr hier die ganze Zeit rum? Das sind zu viele, das sind zu viele. Ich seh die nicht. Ich seh die nicht. Nein. Und wieder von rechts. Wieder von rechts. Mann. Ich glaub, die sind hier alle nur noch am Snipern, irgendwo in der Ecke zusammengekauert und vergessen alles drumherum. Deswegen sterben wir auch rein, weil sie... Meine Güte, meine Güte. Schade, schade, dass wir... Wir so wenig wegholen momentan. Da hockt einer, aber... Ich krieg den nicht. Doch, ich hab ihn gekriegt. Geil. 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 Das war wieder zu viel. Oh nein, was war das denn? Nein! Wie traurig ist das denn bitte? Oh Mann, oh Mann! Nein! Shit! Shit! Das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade. Okay, okay. Alles klar, hier könnte auch einer sein. Ganz dicht an der Wand lang bewegen. Mist. Die sehen uns hier schon wieder rein, aber ich sehe die nicht. Alter, warum treffe ich den nicht? Warum treffe ich den nicht, verdammt? Gibt es das denn? Nein! Komm, 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 komm. Zeigt sich irgendwer. Und lasst es sich von mich killen. Von mir killen. Lasst es sich von mir killen. Oh Mann! Im Nebel, im Nebel. Geiler KZM. Kacke, kacke, kacke. Oh, shit. Schnell mal verziehen, schnell mal verziehen. Aber wir gewinnen das Ding auf jeden Fall. Das ist viel wert. Shit. Wo sehen die mich denn hier schon wieder? Wo ist denn hier einer von denen? Oh Mann! Oh Mann! Gerade so noch hinkommen, ey. Gerade so noch. Mensch. Sollte es da doch gar nicht hoch. Ey, die Stämme schon wieder rein, weil sie weg. Komm, 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 rüber hier, rüber. Ah, shit. Ich glaube, wir gehen mal weiter hier hinten hin. Von hier haben wir jetzt vielleicht ein paar bessere Karten. Kollege, ich glaube, du gehst auch gleich drauf. Das ist gar keiner. Da hinten ist auch schon wieder irgendwo einer und hat uns hier im Visier. Aber ich sehe den Kollegen wieder nicht. Aber den sehe ich. Komm, 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 komm. Alter, was geht denn hier jetzt bitte ab? Wir werden doch total eingenommen hier. Und ich habe keine Granate mehr. Alles ist cool, alles ist cool. Vielleicht noch leben wir. Shit. wo ist langsam ein bisschen übersichtlich ich sehe aber auch überhaupt nichts so viel action gerade los ist jetzt kommen die hier links auch Oh, 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 oh. Yes! Kacke, 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 hoffentlich werfen die jetzt nix hier. Oh, der hat aber nicht getroffen, der Typ. Aber der weiß, dass ich hocke und warte jetzt nur drauf, dass ich rauskomme. Ey, wie weit die uns zurückgedrängt haben, ne? Krass. Oh, Mann, ich glaube, ich bin einer von den Letzten hier. Oh, der Ohrmock ist auch. Nein! Oh, shit. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Aber trotzdem. Alter, wie viel da Hocken. Los, komm, los, komm. Ich will einen Molotow werfen. Komm, Baby, komm. Schnell, 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 bevor die Runde zu Ende ist. Mach hin, Mann. Oh, Mann, wir haben... Wir verkacken richtig. Richtig. Nein! Nein! Aber einen haben wir noch gekillt. Einen haben wir noch mitgenommen. Das wird's jetzt eh gewesen sein, glaube ich. Na, na, ey, wir haben tatsächlich noch verloren. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. 17,6. Naja. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst bitte die Likes und die Kommentare nicht, wenn ihr mehr sehen wollt. Vergesst bitte das Abo nicht. Danke fürs Zuschauen. Schönen Tag noch. Bis dann hoffentlich. Tschüss. 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 Tschüss.